Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Ich werde das Spiel mal starten. Ich habe leider meinen alten Spielstand nicht gefunden. Richtig ärgerlich, weil der war schon so weit. Keine Musik? Oh! Okay doch, da gibt es doch Musik. Ich habe meinen alten Spielstand leider nicht gefunden. Jetzt muss ich hier von neu anfangen. Also normal ist es ja... Ne, gefällt mir nicht. Normal ist es wenn... Also ich habe das Tutorial schon durchgespielt. Und habe gedacht, komm, jetzt schau ich mal nach meinem eigenen Spielstand. Bin hier rauf gegangen. Server. Und... Ja. Meine Server stehen nicht da. Bist! Ärgerlich! Ärgerlich! Ich hatte mir gerade jetzt nur mein Video von mir angeschaut, um zu gucken, ob ich es da finde. Aber ich habe da nirgendwo gesagt, dass ich auf diesen Server bin. Oder auf einen Server bin. Naja, deswegen nochmal neu anfangen. Auf den Server 531. Gut. Haben wir jetzt erst mal das eine. Wir holen heute nur alle Geschenke ab. Geschenke, Geschenke. Da ist noch Geschenk. Das. Sammeln. Sammeln. Und das. Sammeln. Da muss ich was machen. Ausrüsten. Ausrüsten. Und... Ausrüsten. Befördern. Ah, ja. Stellen. Ausrüsten. So. Das sind meine drei Charaktere. Am Anfang fängst du nur mit denen an. Dann machst du den ersten Kampf. Dann kriegst du den. Dann machst du nochmal zwei Kämpfe. Und dann kriegst du hier bei Helden halt neun. Und das wäre die dann. Und das nächste wäre jetzt bei mir. Die hier frei zu spielen. Dazu müsste ich drei Schlüsse holen. Zwei habe ich schon geholt durch den Dingens. Mh, durch den Dingens. Okay. Aber erstmal machen wir das hier. Au. Ich dachte das geht da runter. Der Deckel. Try again. Okay. Okay. Nochmal. Jetzt mal was. So. 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 Sobo. Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Jetzt muss ich nur die drei Schlüsse holen. Zwei wie gesagt. Habe ich schon. Hui. Jetzt gleich noch den letzten Schlüssel. smooth. Till. polling. Okay. Illinois. Das. Wiegeist. marginadsch. I lieb. Von hoff. nod. So! Yes! Okay. Jaäääääääähhhhй! Noch Zweikämpfe und dann würde ich auch sagen, das war es dann schon für heute. Ja, hm? Gut, dass ich meine Webcam nicht anhabe. Wieso? Ja, ein bisschen ärgerlich, das ist nur noch ein bisschen ein neuer Account da ist. Ich möchte mein Altym wiederhaben. Dann will ich nachher nochmal gucken. Ob ich da was machen kann. Ich muss mir nochmal alle meine Videos von Hero Wars anschauen. Am besten ist, man schreibt sich immer auf, auf welchen Server man spielt. Nicht, dass das so ist wie jetzt bei mir, dass er auf einmal sagt, hier, ich bin auf diesem Server. Wenn ich nachschaue, muss ich gar keines hören, oder? Ah, das ist ärgerlich. Da ist der Schlüssel, jawohl. Wir haben den dritten Schlüssel. Wir haben den dritten Schlüssel, das heißt, wir kriegen jetzt, ne? einen neuen Charakter. Und den neuen Charakter. Jetzt mache ich folgendes. Ich werde das schlechteste nehmen und probieren, ihn mal ganz schnell aufzulevelen, nein, aufzulevelen nicht, aber ganz schnell bessere Sachen zu geben, das damit er grün wird und nicht mehr so grau ist. Schau, dass ich das nun nicht mit den Schnelldurchspielen habe, hm. Immer noch kein Schild. Wie viel Energie habe ich eigentlich? Oh, voll betreiben. Ich spiele das Ganze nur mit. Windows-Bild. Hm. Ah, schon jetzt 20 bekommen. Wie viel Energie habe ich? Ah, 2 und 5. Das dauert ja. Oh, und nochmal was dazu. Und nochmal was. Nein. Ich werde hier gar nicht mehr fertig dann. Da greifen wir natürlich den Boss an. Und nochmal eine Runde. Gut. Aber immer noch nicht. Ich werde jetzt die andere Runde nehmen. Ich werde jetzt die andere Runde nehmen. da geht's aber. Mein Schwert. Nein, ich brauche. Ach habe ich schon. Ich hatte ja schon die Lampe. Ein Umhang jetzt noch. Gleich sind wir fertig. Ja. 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 Der Umhang ist da. Ausrüsten. Ausrüsten. Würfel noch. Ja. 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 Okay. Okay. Nochmal. Keine Würfel dabei gewesen. Auto einschalten. Komm, jetzt gib mir die Würfel. Da sind sie doch. Ausrüsten und grün ist er. Schön. Das war alles, was ich machen wollte heute. Jetzt nochmal schnell die anderen Geschenke abholen hier. Ach, jetzt muss ich auch gehen. Das Spieltutorial. Hm. Fünf gegen drei ist der Rumpfe oder nicht? Okay. Okay. Sammeln. Okay. Und hier noch. Da ist noch eine Quest. Okay. Eine Truhe nutzen. Und was haben wir denn jetzt wieder hier? Ach so, ja. Da haben wir noch. Okay. Jetzt geht das nicht mehr. Stimmt. Zehnfähigkeit. Verteilt. Gut. Dann haben wir jetzt. Arena kämpfen. Klar. Hier nochmal ein Geschenk nehmen. Nochmal. Prozente. Energie gekriegt. Prozente. Da nochmal ein Geschenk gekriegt. So. Und das war es denn jetzt für heute. Okay. Dann sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr aber nichts dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao.